Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Wir haben nichts Unreichtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschern erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bohm anbauen. Für die alte Zarin hin, man selbstständig zu denken. Nichts zur Not aus der abgestellten Phase und wir brauchen hier keiner mehr. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Das kann ich dir am Telefon nicht sagen. Dann prächt dich. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Amen. 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 Amen.